So Leute, das hat sich dann gerade erübrigt, nämlich ich hatte eben ja das Video fertig gemacht mit dem Spray, was wir erhalten haben aus dem Fortnite NBA X Team Battles, wo wir uns ja für ein Team entscheiden mussten und jeden Tag Tagesaufgaben machen mussten. Da konnte man ja für drei tägliche Aufgaben sich das Spray abholen, wo ich eben das Video hochgeladen habe und wenn man alle fünf Tage das quasi gemacht hat, bekommt man genau dieses Banner. Aber warum die mir das eben nicht direkt geschickt haben, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe mich nämlich eben eingeloggt, habe das Spray bekommen, dann habe ich das Video für euch fertig gemacht für den Nullpo, also aus dem Comic die Belohnung, der Kleider vom Deathstroke und jetzt auf einmal, ich wollte eigentlich gerade wieder alles ausmachen, auf einmal, ich sage, hä, was denn jetzt? Ja, ihr seht, Banner doch erhalten, also alle, die auch ein bisschen warten mussten, bleibt einfach, keine Ahnung, zehn Minuten im Spiel drin und dann bekommt ihr das Banner auch, so wie ich hier. Und es sollte nur ein kleines Zwischenvideo sein, also in dem Sinne, genießt die Sonne, ich gehe jetzt erstmal in die frische Luft, genießt meinen Feierabend und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß und haut herein. Herein!